Der Chef der polnischen national-konservativen Regierungspartei, Jaroszler Kaczynski, hat seine Forderung nach deutschen Reparationszahlungen erneut bekräftigt. Die Franzosen wurden entschädigt, die Juden wurden entschädigt und viele andere Länder wurden auch entschädigt für die Verluste, die sie während des Zweiten Weltkriegs erlitten haben. Die Polen aber nicht, sagte Kaczynski laut dem Nachrichtenportal Welt anlässlich des polnischen Unabhängigkeitstages am Samstag. Kaczynski, es geht um unsere Ehre Dem Parteichef Kaczynski geht es dabei um mehr als eine rein materielle Wiedergutmachung. Es geht um unseren Status und um unsere Ehre, Punkt. Und das ist kein Theater. Das ist unsere Forderung, unsere absolut ernste Forderung. In den letzten Wochen hatten sich immer wieder Mitglieder der polnischen Regierung für Reparationsforderungen an Deutschland ausgesprochen, darunter auch Premierministerin Batas Zydlow. Wie das Nachrichtenportal Spiegel Online berichtet, belaufen sich die Forderungen auf insgesamt 840 Milliarden Euro. Die deutsche Bundesregierung verwies jedoch auf frühere Verzichtserklärungen aus dem Nachbarland. Polen haben 1953 auf weitere Forderungen verzichtet und dies später mehrfach bestätigt, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Gutachten soll Forderungen bekräftigen Nun ist ein Gutachten des polnischen Parlaments zu dem Ergebnis gekommen, dass Polens Verzicht verfassungswidrig und somit ungültig gewesen sei. Zudem sei die Verzichtserklärung auf Druck der Sowjetunion erfolgt und habe nur die DDR betroffen. Zudem sei die Verzichtserklärung Vielen Dank.